Er kommt zurück. Ja, hier sind immer noch die Viecher, die einen angucken, aber ich weiß nicht, wo. Oh, hier sind die Türen jetzt auch. Oh, verältes Eisen. Ich habe gestern im Alleingang noch ein paar Sachen geholt im zweiten Kapitel, was er nicht mitgekriegt hat. Da gibt es noch einen geheimen Boss. Ihr sammelt ja sechs von den Buddha-Kugeln auch. Bei dem Steinriesen, den wir gemacht haben, bzw. dem Steinboss, den wir gemacht haben, sticht noch ein Stein auf den Boden. Den Stein gibt dir die Kugeln, dann kommt ein Extra-Boss. Nein, das Fert ist von mir kaputt. Ich bin tot. Warum? Warum? Oh weh, oh weh, die lange Reise ist zu zäh. Aschenschlafzauber. Beie Flammen, die auf Asche liegt, gehen rum. Hm. Wir haben noch ein paar. Wir haben noch ein paar. Der erste Ausweich, agiler und flexibler. Kampfkunst. Jo, ich sprinte nicht. Wacken. Wacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wacken. 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 Einmal in deinem Leben zu den Schaden. Du hast ihn getötet, oder? Okay, vier Haftmänner müssen wir machen. Aha. Was müssen wir einmal machen? Gehen wir mal um auf die obere Tragode. Wir müssen mal gucken, dass so ein Weg noch nach oben gibt. Niedere Pagode, jetzt müssen wir nach oben. Wenn da kommen wir, also müssen wir da lang. Ich weiß nicht, ob ich dich da oben nicht hocken sehe. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Wir machen den mal fertig. Nicht wundern, wenn ich nicht so viel rede. Ich habe meinen hinten rechten Weisheitszahn rausbekommen. Deswegen seid ihr ein bisschen gnädig mit mir. Wenn ich nicht so viel reden kann, weil sonst kriege ich wieder Schmerzen. Oh, da steht er. Oh, da steht er. Oh, die Viecher geben ganz schön viel. Die geben ganz schön viel. Die müssen wir unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. 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 No way! Was ist noch einer? Was ist jetzt? Darf ich? Ja, da kommt noch einer angelaufen, glaube ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Der ist stärker als Yannan. Der ist stärker als Yannan. Der ist stärker als Yannan. Mann! Oh, ich sehe, ich habe die Hälfte von meinem Leben wieder weg. Da hier. Ich habe die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Oh Gott. Man merkt man. Okay, da geht's hoch. Oh mein Gott. Hier geblieben. Wer ist der nächste? Liebst du noch? Ich wollte gerade sagen, du bist doch weg. Alter, Luke ist mir gerade auf dem Fiss. Oh, Schwitte. Nein, der hat mich. Und der schmeißt mich runter. Nein, ich wollte machen. Und kaka. Hmm. Hm. Alter. Ja. 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 Ich weiß, dass man da oben gehen kann, aber ich würde gerne wissen... Ich weiß, dass man da oben gehen kann. Ich weiß, dass man da oben gehen kann. Ich weiß, dass man da oben gehen kann. Ich weiß, dass man da oben geht. Ich weiß, dass man da oben gehen kann. Oh mein Gott. Da ist das letzte Mist. Ich weiß, dass man da oben geht. 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 Ich hätte gar nicht runter springen müssen. oh Ich bin schon wieder nach oben. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Genau, hier war der Boss, äh, der Boss der da nicht mehr ist. Oh, ich kann mal hinsetzen. Hätte ich nicht mal am sagen. Kacke, da sind die Viecher ja wieder da. Oh, fuck. Hier bin ich. Oh, okay. Oh, okay. Ah, es ist so wichtig, dass ich mich auch gemacht habe. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh, das ist nicht leer. Oh mein Gott. Oh, das geht doch. Oh, wir laufen hier sowieso nochmal lang und gucken, ob alles eingesammelt ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Merken, das Feuer zu machen, bevor ich darüber laufe. Ich sprinte ja nach vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Not today, mein Freund. Not today. Not today. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber die Viecher setzen sich ja nicht automatisch wieder hin. Immer wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Jetzt mal aufs Neue. Mal gucken, wie gut ich oben den Boss zurückkriege, wenn wir da oben irgendwann mal ankommen. Oh mein Gott, ey. Was ist das? Ich bin der Heizmann-Liebz. Was ist das? Hey, hier bin ich vorhin runtergefrungen. Den Fehler machen wir jetzt nicht nochmal. Da vorne konnten wir irgendwo hoch. Ob da einmal da, wo das Licht ist. Wollen wir mal? Das funktioniert jetzt immer ganz cool. Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Warum ist da so ein Teil, wo man drauf springen kann? Was ist der Kistel? Oh, hier sind wirklich alle Wiescher. Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Was ist der Kistel? Oh, wo sind sie denn? Da unten dürfen keine mehr sein. Die hab ich ja gerade gemacht. Was ist der Kistel? Oh, da ist der Weg nach oben. Ich sehe ihn. Der Weg nach oben. Oh. Was ist der Kistel? 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 Oh, jetzt ist wieder alles normal. Wollen wir jetzt mal oben noch ein Teil einsammeln. Ah, guck mal. Wir müssen auch noch runter. So, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen, sonst geht es vielleicht um... Wo ist denn? Und da ist der Boss dran. So, gehen wir da hinten und dann jeden Geist holen, weil da ist noch ein versteckter Geist, glaube ich. Die gehen wir jetzt mal holen. Einer von euch bewegt sich doch, oder? Deiner von? Da! Ha! Ha! Ja! UNTERTITELUNG Wir haben hier eine Kiste. Oh ne, ich muss doch schon wieder. Komm, schmeiß runter. Unter bei dir. So, tschüss. Da ist einer. Da, 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 da.